okay egal wie gehen gehen wir den richtigen weg anscheinend können wir da noch nicht lang alter froh wo alter ninja froh ja junge alter danke die sterben ja gar nicht schön trinken schön karottensaft lecker hui moyen ok gehen wir hier lang ok nein tschüss ok anscheinend kann man ne hallo warum ich will doch nur da hochmann danke datenträger daten wo das war irgendwie reflex jetzt können wir uns das letzte dings holen erstmal das letzte den letzten move den letzten skill whatever ja ne noch vor zwei noch schraubendreher alles klar könnte nützlich sein wir gehen nach rechts tschüss tschüss mit damage boost ok das sieht mir aber immer noch optional aus muss ich sagen ist klar einfach damage boosten boh boh dammit einen schlüssel aber noch einen datenträger sehr geil schön so habe ich das so gerne und hier hoch Junge what the fuck Junge hier ist weg gelbe froggos tun weh aua aua beziehungsweise halten viel aus aua und tschüss oh ja da hätte man ne da hätte man nicht hochgekonnt so komm trink danke hallo ja speichert sehr schön hallo oh Alter! Leute! Alter! 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 Wow. Drei von den Fröschen. Oh Gott, was kriegen wir jetzt? Junge. Bäm. Multispurt. Multispurt. What? Ok, come on... Moment, moment, moment. Ahhhh. können jetzt auch nach oben und diagonal dashen sozusagen hallo wenn ja 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 Heilung Jo Jetzt hat man natürlich krasses Movement Oh, wieder ein Frogos Okay, einer nur anscheinend Okay, erstmal den hier Komm her, Junge Jawohl Schön Wer ma jetzt Okay Ah Hm Ich wollte parieren Nicht so geklappt Okay Okay Okay, dann haben wir jetzt alles Was wir bis jetzt haben können Okay Geld Hm Oh Oh Tuck Oh Pfff 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 Gegen beide? Oh mein Gott, ach du Scheiße. Pfff Nice! Bam! Oh, Junge! Tschüss! Machs! Bim, 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 bim! Bim! Ah! Ach, man musste sogar von hier lang, okay. Instinktiv richtig gegangen. Was ist das? Ah! Mhm! Hopps! Fuck! Klar haben wir! Okay. 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 Wiele są mafia boss? Ja, moin! Du wieder! Ach, du hast so einen Schlüssel? Hey, it's you! I should be the one, say. Same here. Ah ne, ein Datenträger. Geil. Ja, kaufen wir. Geilo, wo war der Generalschlüssel? Da unten. Pfff Ah, da müssen wir, glaube ich, aber eh wieder fast hin, ne? Bull! Ah, ne! Äh, okay, wir können halt auch da hoch. Pfff, aber erstmal, ich geh nochmal hier lang. So. Flup. Was haben wir denn hier? Okay. Verbindung? Ah! Hier oben sind wir, wo wir eben bei dem kleinen Abschnitt, äh, nicht, oder vorhin, nicht hoch konnten, weil wir keinen Greifhaken oder so hatten. Da sind wir jetzt. Okay. Cool. Bäm! Teleporter, wie geil! Oh! Geheimer Boss, oder was? Die. Ok. Okay. Bäm! 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 Komm! Bäm! 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 Irgendwie haben die sich bei dem Design des Bosses nicht so überlegt, dass man den Ultra schießen kann In dem man einfach sich hier drauf stellt Ja Hä? Kannst du mal aufhören? Jo, ja Tschüss Tschüss Menjung Ach Ah, hier sind wir Ganz am Anfang Okay Da oben ist doch bestimmt auch noch was Ja Danke für das Poster Ich will die Abkürzung dabei aufmachen, weil das heißt Abkürzung Ich will da normal hin, nicht über den Teleporter So Damit die Verbindung da aufgeht Ähm, auch falsch Hier hoch Hier Warum seid ihr denn respawned, bitte? Irgendwann ein neues Äh, Dings geladen habe, oder was? Neues Gebiet Deswegen vielleicht Jetzt nix Wow Das kann ich auch Heute geht, äh Parieren irgendwie ganz gut, muss ich sagen So So Komm, da rechts Links ist doch noch was Geld Ja, hier waren wir nämlich schon mal Und da konnte ich nicht weiter Und jetzt kommen wir von der Seite Ach, ich habe keinen Bock auf euch, meine Jungs Ähm Wir gehen jetzt Zum Samentypi Weil wir zwei oder drei Samen haben Wow Framerate Hallo? Äh, okay Oder einmal Wenn wir schon hier sind Zu ihm Poster Schwarzwolf Guck mal, wie der Wie der schwarze Bohr aussieht Äh Uh Die schwarze Faust sieht ganz nice aus Oh ja Hell ja Dann Ja Jetzt Zu Dem Rattenboss Geh auf Ja ne Wir können ja nichts mehr kaufen gerade Äh Nudeln Karte Äh Nudeln Karte Hast du denn hier noch? Äh Rätsel-Splitter, genau so ist das Typ Hase Typ Hase Kaufen wir mal Na du Das ist der Splitter, ja Genau die Macht der Götter kriegen wir dann Hallo Halt Yey Wow Das war's schon mit der Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Checkt doch mal meine, äh, anderen Kanäle ab. Hier. Äh, und überlegt euch ein Abo und ein Like da zu lassen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020